und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge meintest zugesagt noch nicht gekommen immer blöd wenn ich in obs reindrücke für die aufnahme starten und wenn ich drücke weil ich denke ich bin in mein test und dann irgendwelche club in obs drücke habe ich mal angst dass wenn ich irgendwie escape drücke oder sowas von obs auf die aufnahme abbricht oder wie sowas weiß man ja nicht was er da so für flaws im kopf hat aber die aufnahme läuft noch zeit geht weiter also ich denke ich bin online welcome to my club wir sollten jetzt mal immer sondern so ein fernglas mitnehmen wenn wir hier im zug sind können wir weder sind wow wir will sich aus dem fenster bis 2 rausgümerweise gucken aber hier wir brauchen ein fernglas was haben wir hier eigentlich wow wir haben ja auch mal sich essen geil warum haben wir so viel essen kann ich mir nicht erklären was ist hier los mit genau die ganze gemischte brot und die ganzen 30 hatten wir letztens gemacht eben für verpflegung kommen jetzt gar nicht mehr also noch nicht noch am erklug externe staff dabei kann ich nicht in der fahrt raus springen wo ich kann doch warum kann ich das also server habe ich nicht können echt alle spiel einfach während der fahrt rausspringen wow ich dachte ich dachte das können eigentlich nur admins also die ist die server priviläge haben oder so ok jetzt ist wirklich kein licht das ist wirklich nur vorne rum licht interessant dann haben wir es doch so weit richtig nachgebaut genau eine seite ist aber nur ein fenster vorne und hinten sind immer zwei fenster warum auch immer ich mich dafür entschieden habe ich weiß letztendlich können wir bei unserem akw auch ein bisschen abweichen so aber warum sollten wir wenn diese technik bereits erforscht ist und umgesetzt wird warum sollten wir es denn anders machen die wagen dazu so das heißt also wir hätten pengen können bei dem bett was wir da drinnen haben können wir da schlafen ne 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 ich glaube bei den haum dekor betten kann man nicht schlafen ja halt schon wieder autofood hier doch nice jetzt hier haben wir zwar auch hier den spawn point aber ist ja egal so dass du schon mal gut aus dann heißt das jetzt hier wird erstmal komplett zugebaut da oben 1 2 3 dann passt hier sogar genau mit dem block den wir hier falsch gesetzt hatten du noch da alter wie viel stahl man hier einfach rein buttert das ist doch verrückt das ist doch einfach krank da hat natürlich war runter so mit der muss noch der reihe oben drauf fahr auf, verdammt das Dach hinten so Autsch und hier können wir es einfach lang ziehen erstmal das war jetzt so nicht geplant dann ziehen wir es mal hier lang Gott, Alter, wie viel Stahl man hier reinbuttert Alter, 600 Blöcke, das sind ja 5400 Eisen Alter gut, andererseits 5400 klingt jetzt gar nicht so viel wenn man mal bedenkt, ne, dass man dafür gerade das AKV hat ach halt, die Bälle waren falsch 1, 2, 3, 4, 5, genau hier muss der Erste sind immer nur 2 tada so, von hier aus kommen wir jetzt wieder zu der Seite goddammit oh, siehst du, da brauchen wir ja gar nicht so viel Baugerüst so, hier müssen wir aufpassen hier kommen nur 2 hin dann komm da na na, verdammt hab ich das noch so, oder und aha perfekt nice so jetzt folgendes äh ach so, hier siehst du, hier drinnen müssten wir eigentlich auch noch aber ich glaub den Boden und so mache ich ja, das würde ich dir auch gerne alles aus Beton machen kommt hier so eine Betontreppe rein guck, kann man hier schon rauflaufen ja doch das macht ja 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 aber Ronny, wenn du einen Treppen baust, brauchst du doch nur noch einen 7... nein da wo die Tür ist, kommt der auch da drunter ein Betonblock deswegen sind es trotzdem 80 ja 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 so Betonblock, die waren ja glaube ich relativ schwer herzustellen, ne ahhh ob ich da einfach wieder cheete und diese Hohldinger mache einfach was eh niemand jemand niemals jemand erkennen wird wenn ich jetzt einfach so 80 dinger rein klatsche davon achso muss ich erstmal hier wieder auf 99 stellen also 40 verdammt könnte ich die dinge die kann ich nicht verwenden also von der ecke spätestens auf sollte wirklich die verwenden 40 raus natürlich sehr deprimiert kann man eigentlich aus allen sachen also ja dort gekommen kann man alles zurückgewinnen ja klar man kann ja alles denn hier unten reinpacken so ja danke du hast du noch da die plätschern war dabei ja brauchen wir nämlich gleich ich habe ganz schön viel eisen dabei warum gut ich die decke fehlt noch ja gut und die fenster für natürlich das ist natürlich auch noch mal ich meine wir haben sechs fenster 10 blöcke biste sind auch schon mal 60 blöcke ja so apropos 60 blöcke fenster wir brauchen auch noch fenster was haben wir denn da so schönes feines was du was bist du denn oder wir nehmen die dinger stahlgitter das klingt gut stahlgitter nehmen wir auch noch die zwei dinger mit wobei die haben wir unten in der kiste ne so stahlgitter führten wir auch noch ein paar warum doch nicht auf wer ist die dinger ach so bar einfach bloß ein bissel eisen gleich 16 aber ja klar schmiedeisenbarren 1 2 3 5 6 so das ganze restliche eisen kann dann letztendlich alles wieder hier rein brauchen wir eigen halt doch doch klar im dach braucht oder reisen wie wenn wir denn da sieben mal sieben müsste neun mal neun sein also 81 81 81 so und der rest kann rein dankeschön ja dann wieder was drin was soll ich decor der kann auch erst mal drinnen bleiben ich meine letztendlich brauchen wir nicht 81 vor diesen stahlblöcken weil irgendwo müssen wir noch keine lücke drin haben wo der spiel des hv kabel rauskommt also für ruhig nur 80 von daher kann ich eigentlich auch der ein gleich immer wieder hierbei drei reinschmeißen dankeschön aber die ganze elektrische verkabelung müssen wir sowieso noch wir brauchen erstmal diverses hv material damit glaube gar nichts mehr und auch 25 nehme ich gleich mal mit kann ich auch direkt den korn mitnehmen und wasser eimer können wir gleich wasser machen brauchen wir zwei eimer die sind natürlich nicht mehr hier drin sondern die hat man ja umrein gepackt so dann haben wir das auch schon mal eigentlich würde ich eine tür zu machen danke dafür so dieses doppelteleportieren was ist denn da los das war doch sonst nie so schweinerei achso wir brauchen noch eine tür und mese lampen ach leck mich doch am arsch und noch ein filt was wir über die tür klatschen können damit wir es schön beschriften können ich meine gut wir haben nur ein co aber wenn man auch schon immerhin raufschreiben akawi gut andererseits wirklich gerade so der platz ich bin knapp kratten ich sollte mir ein bisschen aufräumen das heißt zum beispiel wir essen mal erst mal kommst du nach da dann kommen die restlichen sieben bars wieder zurück stöcker brauchen wir gerade gar nicht knochen brauchen wir gerade gar nicht pendig pistole ach sie ist so konnte der stahl blöcke auch einfärben können wir vielleicht doch ein grünes akw bauen ich glaube ich glaube man könnte die dinger einfärben ja oder da verdammt doch nicht also hier alle kriege der buch unterstützt kein ehrwurst verdammt aber konnte man stahl blöcke nicht ich habe doch irgendwie eine mod drauf mit der man stahl blöcke einfärben kann oder nicht wie war denn das ich bin mir hundertprozentig sicher das waren stahl blöcke ein ach so dass man die einfärben ja doch klar ok also direkt mit 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 die direkt müssen ok aber viele fragen ist auch nicht kann das sein aber egal ob es gibt grün ich meine gut müssen das gesamte gebäude wieder abbauen aber es geht ich so man kann es gleich einfärben oh aber da verliert die textur was mich halt an dem uran so gefreut hat ist dass es wirklich aussieht wie so stahlplatten du hast ja hier bei dem iron hast du hier diese vier punkte da und da und da und da ist es auch aussieht wie so eine verschraubte stahlplatte und hier hast du halt auch diese vier punkte an der seite an den ecken deswegen ist es auch aussieht wie so verschraubte dinger aber hier sind die dinger nicht mehr verschraubt also hast du keine punkte mehr hier hast du sie noch aber hier nicht mehr das ist ja blöd deprimierend deprimierend meine freunde naja was soll es dann ist es halt so hätte ich nicht gemacht so wir hätten wir alle weg ab und müssen die danke was wird man machen wir wollten eine stahl hier haben wir rein zufällig irgendwo eine stahl also ich will keine dann brauchen wir nochmal hier bitte das reicht nicht so gehen wir mal so dann brauchte man noch irgendwie so hier ging das an die wie ging denn das schild ja klar für ein stahl stahl was komplett aus stahl ist brauchst du natürlich noch einen stock also hätten wir ja nicht wenigstens so kreativ sein können und den stock mit dem ding hier austauschen können ich bitte euch ich bitte euch wirst du da brauchst du da brauchst du den fucking akw alles super hoch sicherheit alles aus stahl damit ja nichts brennen kann und dann kommt irgend so ein stock umher und ich kriege gleich vier stück davon verdammte kacke aber noch welche wenn man da gleich vier stück bekommen haben wir doch bestimmt nur irgendwo welche rumfliegen oder obwohl wir haben bisher noch noch nie welche gebraucht na gut danke so uns braucht ein mese 1 2 3 4 das muss aufhören dieses doppelt teleportieren so als allererstes das hier jetzt bin ich mal gespannt wie wir die dinger rotieren müssen ich habe die schraubendreher weggelegt ne kann ich irgendwo hinsetzen ah fast richtig jetzt hier hinsetzen genau falsch rum aber wenn er hier genau falsch rum ist wie es ist denn hier auch mal noch falsch rum da auf der seite müsste das was hier ist ha 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 dafür da kann ich ja jetzt mal hier die tür da schon mal dabei sind also das habe ich gleich alle stelle mitgenommen egal so wir brauchen akw grund von 1 und so sieht es schön aus so und jetzt müssten wir einfach ein alle die wir sehen können alle sachen ich war noch da ich war noch da so jetzt kommt ich war noch da ja stimmt hier drunter brauchen wir auch noch welche weil ihr die die sachen auch mal auf den acht haben jetzt einmal dreimal drei standfuß und ich habe drei drei standfuß das heißt die die mitteldinge und das die müssen auch noch brauchen also noch mal 713 verdammt aber so von außen die ganzen blöcke werden ich bin stolz auf mich bibi ist ihm übergetreten ich kann schon wieder teleportieren hier über diese cheater wie viel eine von sohn von die verrucks darauf aufwältig beachtlich beachtlich brauchen wir also noch mal was gesagt 16 13 natürlich genau einer zu wenig egal wir nehmen wir halt irgendwo im ganzen block was ist da nur los was ist da nur los frage ich mich das kannst du nicht gewesen sein so jeder mitte machen wir die wunderschönen block hin da wie niemand vermuten würde warum füllt da einer so jetzt kommt jetzt kommt wir brauchen 123 ich hoffe ich hätte damals die standfuß auch mit berechnet bei der menge die an blöcken die wir brauchen wenn ich das jetzt hier zu wenig blöcke sind die blöcke verschwinden die zahlen schwinden einfach so dahin meine frage mit case so jetzt müssen wir hier während wir uns hier hochbauen gleich mal an die ganzen anderen sachen denken wie zum beispiel erst mal gut jetzt geht ihr die körper unten verbunden machen aber die ganzen fenster was da los und der erste tag ist weg das geht so schnell von der höhe kriegt viel viel besser hin ach so siehst du verdammt vergessen dass wir auch die dinge wieder zu machen muss irgendwann mal hat keine eile für bloß ein akw ich glaube nicht dafür doch nicht berechnet irgendwie geht die dinge ganz schnell weg ich glaube wir haben zu wenig wir haben sowas von viel zu wenig das reicht doch nie im leben 30 obwohl die nächste ist nur 25 die da reinkommen könnte 30 könnte passen wie viele informieren noch genau wenn wir es noch einen ring drauf machen ich liebe koch sind wir denn jetzt ein zwei drei vier noch ein ring das alleine sind ja schon 56 ja eben alle das ist das habe ich jetzt fand ich alle für ein trink das leben ach so ja ich glaube wir haben die schadfüße und die wird berechnet damit das sind jetzt die bildung deprimiert auch mich zu sagen kommt jetzt schweißer auch mich zu sagen kommt jetzt schweißer also wir müssen um zu verlegen das heißt im klartext wir brauchen sieben mal sieben sind 40 30 40 die ganze zeit zeit in meinem gehirn durcheinander weil ich immer an diese 39 denke und aber irgendwie denke mit sieben mal sieben komme ich doch gar nicht auf 930 aber mit 9 ist doch richtig ja so das heißt wieso hat es denn da hat es ja gar nicht hin wir hatten doch hier auch sieben mal sieben 1 2 3 4 5 6 7 genau so wenn wir sie mal sieben haben ja und was ist da komisch naja zerbrechen mir nicht die folge den kopf drüber bis dann ja 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 ja